Heute wollen wir uns anschauen, wie man eine Kalktabelle in den Writer übernehmen kann. Ich habe jetzt hier mal eine Rechnung aufgesetzt und dann habe ich hier im Kalk eine Tabelle aufgesetzt. Einkaufspreis, dann brauchen wir einen Mehrwertsteuersatz, dann können wir uns den Mehrwertsteuerbetrag ausrechnen. Also ist gleich Einkaufspreis mal die 7% und brutto haben wir dann praktisch den Einkaufspreis plus den Mehrwertsteuerbetrag. So, ich kann jetzt diesen Bereich hier entsprechend markieren. Ich mache ein bisschen mehr Zellen drumherum und sage kopieren und dann mache ich den Writer wieder auf und hier kann ich entsprechend STRG V meine Berechnung hier wieder einfügen. Ich kann auch dieses Element jetzt so behandeln, wie wenn es ein Textfeld oder eine Grafik wäre. Ich kann jetzt auch hier gehen, hierher gehen und sage Objekt umbrechen und dann kann ich sagen, wie soll der Text drumherum laufen. Schauen wir mal bei parallel, was dann passiert. Gut, ist der Textumbruch so. So, wenn ich jetzt an dieser Tabelle noch was ändern möchte, ich kann hier innen doppelt reinklicken. Plötzlich geht wieder mein Tabellenbereich von vorhin auf, so wie man es aus Kalk dann kennt. Und hier oben haben sich die Symbolleisten auch geändert. Hier haben wir auch entsprechend die Eingabezeile für Formeln. Und ich kann jetzt hier nochmal hergehen und kann zum Beispiel sagen, ich möchte hier 19% haben und automatisch berechnet sich auch hier entsprechend der Bruttobetrag. Und wenn ich hier wieder außerhalb klicke, dann habe ich wieder die Oberfläche vom Writer, also die Symbolleisten entsprechend. Und ich habe hier die neu berechnete Auflistung. Ich kann hier auch nochmal reingehen und sagen, ich möchte hier die Gitternetzlinien haben. Da haben wir die Gitternetzlinien, alle einblenden. Und dann sieht es so aus, dieser Rahmen hier, wenn man hier das ausdrucken würde, der taucht hier beim Ausdruck nicht auf.